Moin Moin! Es ist wieder Freitag und Zeit für ein neues Tutorial und einen geilen Filter. Es burnt heute und zwar mit etwas sketchigem, diesem Kürbis hier. Und ich möchte dir eine kleine Änderung mitteilen, was mein Newsletter angeht. Der kommt jetzt immer zum ersten raus, das bedeutet der Newsletter für November kommt am ersten November. Der kommt einmalig, da sind dann die Skizzen für November drin und ich dachte, das ist vielleicht ein bisschen einfacher als immer am letzten, für den nächsten Monat und so. Das war selbst für mich ein bisschen verwirrend. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß mit diesem Tutorial. Hier geht es halt ums sketchige Watercolor. Ich hoffe, du hast da Bock drauf und das letzte herbstliche Motiv sozusagen, bevor es direkt in die Weihnachtszeit geht, denn im Dezember wird es dann schon richtig weihnachtlich. Ja, ich wünsche dir viel Spaß mit diesem Video und ich hoffe, wir sehen uns auch nächsten Freitag. Bis dann, ciao! So, heute machen wir natürlich zusammen die Skizze, weil es soll ja ein ganzes Tutorial werden. und ich beginne hier ein Oval zu malen. Das ist quasi die Außenlinie des Kürbisses und oben und unten mache ich noch mal zwei kleinere Ovale. Das ist die Oberseite und die Unterseite. Also im Prinzip male ich diesen Kürbis jetzt erstmal in 3D, damit ich das nachher alles besser positionieren kann von Schatten und Lichteinfall und so weiter. Also hier siehst du, mache ich solche Halbkreise und zwar mache ich die immer von der Mitte zur Mitte und mache dabei so einen Bogen. Das sieht erstmal ein bisschen merkwürdig aus, aber nachher, wenn du das mit dem Fineliner ziehst, nimmst du natürlich nur die Sachen, die du auch wirklich siehst. Also das, was dahinter stattfindet, so wie jetzt, was ich da male, äh, das sieht man ja dann im Normalfall nicht. Aber es gibt dir so ein bisschen so dieses Gefühl für so ein, ähm, ja, so ein Kürbiss halt. Du kannst das natürlich auch auf jedes andere Obst anwenden, wie zum Beispiel auch ein Apfel oder sowas. Moment, ich glaube Kürbis ist ein Gemüse, oder? Ich habe keine Ahnung. Ja, wie du siehst, habe ich jetzt hier auch so eine, äh, halbe Linie gemalt, damit, ähm, ich weiß, wo dann ungefähr so der Schatten anfängt. Und oben in diesem kleineren Oval habe ich so kleine, noch kleinere Ovale platziert quasi. Das sind dann diese Lichtspiegelungen. Ja, und, äh, vom, ähm, Stiel aus geht dann der Strang quasi so rum und dann, äh, habe ich mir überlegt, male ich das, was zum Kürbis dazugehört, nämlich ein Blatt, äh, in Frontalansicht. Das hat so fünf Adern und, äh, eine Blüte, die aussieht wie eine Tröte. Das habe ich also wirklich sehr, sehr leicht so nuskiziert. Und noch ein zweites Blatt in, ähm, ja, ich sag mal in Seitenansicht, da habe ich erstmal ein Dreieck gemalt und links und rechts die Seiten in so Wellenlinien und dann habe ich jeweils die Außenkante der Welle quasi runtergeführt. Ähm, du siehst das nachher mit dem Fineliner noch ein bisschen besser. Ja, hier auch der Schlagschatten unter dem Kürbis und, äh, im Prinzip ist die Skizze soweit fertig. Jetzt hole ich mir meinen Fineliner und arbeite jetzt alle Linien aus, die man auch sieht und, äh, fange hier vorne an mit dem Kürbis, der so ein bisschen, ähm, der hat ja diese Einkerbungen, diese Wölbungen und die ziehe ich jetzt im Prinzip nach. Lasse alles aus, was man nicht sieht, weil du guckst ja frontal drauf und, äh, die Linien, die passen auch nicht immer so hundertprozentig auf meinen Sketch, das ist quasi immer nur so der Anfang. Und wie du siehst, habe ich auch von dem Blatt nur diese fünf Adern gemalt und erst mit dem Liner ziehe ich quasi wirklich diese Blattstruktur nach. Die ist so ein bisschen wabbelig und so ein bisschen einge, einge, ach, eingekerbt und, ähm, die Blüte, die hat unten halt das grüne Stück und dann kommt da so trötenartig, äh, diese gelbliche Blüte dann nachher raus. Wir malen das ja auch gleich noch mit Aquarell an, aber so, äh, ziehe ich dann halt so ganz, ja, ganz lässig, will ich mal sagen, diese Linien. Also ich mache mir da jetzt auch nicht so die große Platte, ob das auch alles so richtig passt. Das soll ja sketchy werden. Sketchy ist ja eher so skizzenartig. Das ist so dieses, ähm, ja, einfache Zeichnen. Und das ist das, was ich gerade jetzt gemacht habe hier mit diesen Linien außen an diesen ausgewölbten Stellen vom Blatt. Die habe ich einfach runter in die Mitte gezogen und da fängst du am besten vorne an und arbeitest dich nach hinten, weil man die hinteren, äh, äh, Stücke ja dann nicht sieht. Die, das ist ja so überlappend. Ja, jetzt nehme ich mir mein Radiergummi. Da habe ich hier diesen Knetradiergummi, äh, der schont auch das Papier. Gerade auch bei hochwertigem Aquarellpapier würde ich immer so ein Knetradiergummi nehmen, dass, ähm, die anderen Radiergummis können dir echt das Papier zerstören. Hier auf diesem Mixed-Media-Blog von Kanson, äh, Werbung unbeauftragt, du weißt Bescheid, ne? Ähm, da geht das auch mit dem normalen Radiergummi, aber ich hatte jetzt hier gerade den Knetradiergummi zur Hand. Ja, jetzt nehme ich mir meine kleine Porzellanpalette, ähm, das ist so ein, äh, Passantartikel aus dem Action, also die kannst du dir, ähm, ist jetzt nichts Besonderes, irgendwie so, kannst du ja auch einen normalen Teller nehmen, den du gerade hast. Ich habe mir hier einen Orangeton angemischt, sehr wässrig erstmal und mache hier so die erste Schicht und, ähm, verteile das einfach mal grob mit dem Verwaschpinsel auf diesem Kürbis. Ich mache mir auch erstmal noch gar keine Platte über so Schatten oder Licht. Das, was ich, ähm, mache es jetzt erstmal komplett ausmalen und wenn ich dunkler werde, lasse ich dann immer mal wieder etwas frei, wie du oben auf dem Kürbis siehst, da lasse ich jetzt solche, diese Flecken, die ich vorher als oval skizziert habe, die lasse ich jetzt im Prinzip frei. Äh, die haben eine ganz leichte Farbe halt von der ersten Schicht, aber die sieht man kaum, also letztendlich ist es fast weiß. Du kannst es aber auch komplett anmalen und im Nachhinein nochmal mit weißem Gouache drüber gehen oder mit einem Acrylmarker, wenn du magst. Acryl musst du nur wissen, geht halt nicht mehr ab, ne? Gouache kann man im Zweifel noch mit Wasser vermahlen oder wieder abtragen. Äh, ja, hier werde ich dann halt immer ein bisschen dunkler und, ähm, male das erstmal hier so ein bisschen nass in nass, sage ich jetzt mal nicht zu nass natürlich, weil das ist ein Mixed-Media-Papier, auf dem ich hier male. Wir wollen ja nicht, dass das dann bär wird, ne? So, jetzt nehme ich mir das Saftgrün, was ich noch habe. Ähm, ich nehme hier meinen Standardkasten, den ich mir mal zusammengestellt habe, aus den, ähm, ja, den häufigsten Farben, die man so braucht. Ich glaube, dieses Anfängervideo, was ich mal gemacht habe über Aquarell malen unter 50 Euro, ich glaube, da habe ich die Farben auch, ähm, ein bisschen besser erklärt. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall male ich hier auch erstmal grob alles, was grün ist, grün an und mixe jetzt hier ein bisschen das Orange mit rein, äh, so ein bisschen den, den Schatten, äh, Ton zu bekommen. Ja, eigentlich nichts Wildes. Hier kommt ein bisschen dünkeleres Grün noch mit rein, weil, äh, nur so plattgrün ist ja auch ein bisschen langweilig. So die Unterseite von diesem Strang mache ich jetzt ein bisschen dunkler und, äh, ansonsten ist bei mir ja alles ein bisschen, ja, wenn es um Schatten und Licht geht, bin ich ja der klassische Maler. Von oben links kommt das Licht, passend auch zur Kerze, wie sie da steht, so kann man sich das gut merken. Und alles, was rechts davon ist, ist im Prinzip der Schatten. Hier mache ich so einen leichten Blau-Grau-Ton, so, ich glaube, Payne's Grey ist das, was ich da benutze und, ähm, mache das, äh, Orange ein bisschen schmutziger, ein bisschen, äh, gedeckter, damit das nicht ganz so knallig ist, diese Farbe. Ich versuche hier schon so einen realistischen Kürbiston zu treffen. Ja, gelingt mir so semi-gut, ne? Das, ähm, ja, mache ich da mal halt so ein bisschen hier. Ja, Mishimashi, dann die gelbe Blüte und, äh, die verläuft von dem grünen Teil in das gelbe Teil noch so ein bisschen, ja, mitten, das Grün ist so auslaufend in dieser Blüte. Und, äh, das habe ich jetzt deswegen da so ein bisschen reingezogen, auch noch in die Blüte, das, das Grün. Ja, wie du siehst, versuche ich jetzt hier so eher so den rechten Anteil an Grünzeug ein bisschen dunkler zu machen. Und auch diese kleinen, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, diese kleinen, äh, gelockten Teile. Ähm, ich weiß nicht mal, was das ist, ehrlich gesagt. Die mache ich halt ein bisschen dunkler und auch das Innere dieses Blattes, was, äh, jetzt von der Seitenansicht ist, das mache ich innen auch ein bisschen dunkler. Und, äh, ja. So, ja, Schlagschatten, dunkel. Der sitzt ja quasi direkt unter diesem Kürbis und, ähm, da trifft der Kürbis auf diesen Untergrund. Der ist halt, äh, recht dunkel. Eigentlich kann man das so machen, dass, ähm, ja, im Prinzip hast du diesen, diesen, äh, Schatten, den der Kürbis wirft. Und direkt, aber am Kürbis ist ja nochmal so direkt da, wo er den Boden berührt, da ist es ja noch dunkler. Und, äh, hier siehst du auch, mal ich einfach das, was ich mir vorher so skizziert habe mit so einem, äh, Halbkreis da an dem Kürbis. Das wird jetzt einfach, ähm, ja, dunkel gemacht, weil das halt eben die Schattenseite ist. Und du siehst, je mehr Schichten draufkommen, desto besser kann man dort auch sehen, dass das jetzt so ein bisschen dreidimensionaler wird. Ja. Ich habe meine Aquarellfarben, die ich da benutze. Das ist jetzt einmal das, äh, Pyrillengrün, glaube ich, ja. Und, äh, die sind, äh, halbtransparent. Also, das sind keine richtig deckenden Farben. Deswegen muss man ein paar mehr Schichten davon machen. Und auch hochpigmentiert, ähm, trocknen die nachher recht, ja, hell will ich mal nicht sagen. Man sieht schon, dass es ein dunkles Grün ist, aber es ist halt, äh, äh, eher ein bisschen transparenter. Also, also man sieht immer noch da drunter die Sachen. Ja, hier bei der Blume, da packe ich jetzt nochmal ein bisschen kräftigeres Gelb und, ähm, mache da auch noch einen kleinen Schatten hin. Ja, im Prinzip gucke ich da auch nicht so richtig, ob ich da jetzt in diesem Fineliner, äh, gerade so an den Seiten entlang male oder nicht. Äh, das mache ich also wirklich so ganz locker aus dem Handgelenk. Ich bin am überlegen, was ich da jetzt gerade so nebenbei noch mache, dass das hier so komisch ist. Ja, ich hab's ja manchmal echt raus, ne? Äh. Ah, ich hab den Föhn gesucht, alles klar. Ja, und zwar ein Heißföhn. Das sind so eine Teile, die kosten gar nicht viel Geld. Ich glaube, für den hab ich irgendwie zwischen 12 und 20 Euro bezahlt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viel. Und, äh, die kann man zum Embossen nehmen. Das ist so ein, äh, Pulverzeug, was man auf so einen Klebeuntergrund macht, was so flüssig wird, womit man so tolle Sachen machen kann. Das ist aber ein anderes Thema. Äh, äh, Heißföhne sind, äh, eignen sich super gut, um auch Aquarelle mal, ähm, schnell zu trocknen. Und, ähm, natürlich kannst du auch normalen Haarföhn nehmen. Wenn du da aber zu nass arbeitest, musst du gucken, weil normaler Haarföhn macht natürlich auch viel Wind. Und der verschiebt dir dann vielleicht auch die Pigmente, wie du sie nicht haben willst. Und Heißföhn macht halt eben nur heiß und warm. Also sehr heiß eigentlich. Äh, und wenig Wind. Also eigentlich gar kein Wind. Und, äh, das ist also der Unterschied zwischen so einem Heißföhn und, ähm, also der macht gezielt Hitze und dann trocknet dir dein Aquarell auch sehr schnell. Also es ist was für Ungeduldige, ne, wozu ich mich ja auch zähle. Ja, wie du siehst, gehe ich jetzt hier nochmal, äh, nochmal ins Dunklere und, ähm, ziehe dann nochmal diese, ja, diese Anteile nach, die, äh, ich, äh, für schattig, also schattig, äh, anmalen möchte. Ne, das ist irgendwie, ich kratze schon wieder, Wortfindungsstörungen. Wie immer eigentlich, ne? Kennst du ja schon aus meinen Videos. Ist immer das Gleiche. Ja, im Prinzip hat das Ding ja schon, äh, so sein, ähm, seine Endgültigkeit quasi schon, äh, bekommen. Und, ähm, wie immer hüpft mein Zeitraffer-Video und ich hab keine Ahnung, ob ich hier mit der Zeit so hinkomme, wie ich will. Deswegen werde ich mich jetzt schon verabschieden und hoffe natürlich, dass du auch nächstes Mal wieder einschaltest. Äh, wie gesagt, es wird weihnachtlich und ich meinte natürlich auch, ähm, nee, Moment, hab ich mich jetzt total vertan? Ich hab November gesagt, nee, Dezember gesagt und November gemeint, nee, jetzt bin ich total verwirrt. Es ist alles gut, ähm, im Dezember, am 3. kommt das nächste Video und da wird's weihnachtlich. Genau. Und, ähm, ja, jetzt hab ich mich so verhaspelt, ich werde das, glaube ich, vorne in meinem Intro nochmal ändern und den Text rausnehmen, den ich, äh, als Korrektur da reingesetzt hab, weil das ja gar nicht stimmt. Ich bin ganz verwirrt. Ich sag schon mal, bis nächsten Freitag. Wir sehen uns dann wieder um 16 Uhr und ich hoffe, du bist wieder dabei. Und ich hoffe, dass das Video dir gefallen hat. So, jetzt sag ich nichts mehr, weil das wird nur noch gruselig. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.